Luka, das konnte man ganz lange nicht sehen, nämlich dass du voll im Training bist, richtig mitmachst jetzt seit ein paar Tagen. Kannst du mal ein Update geben, wie es dir aktuell geht? Ja, ich bin, wie du schon sagst, wieder komplett im Mannschaftstraining. Bin jetzt bei nahezu zu 100 Prozent, würde ich sagen, und bin bereit und brenne darauf, wieder dabei sein zu können. Genau, das wäre die Frage. Traust du dir an einem Satz schon von Anfang an zu? Ja, also ich habe jetzt anderthalb bis zwei Wochen im Mannschaftstraining mitgemacht und habe davor halt wirklich viel in der Reha gearbeitet, dass man eine eventuelle Folgeverletzung ausschließen kann bzw. viel dagegen tut. Und ja, ich fühle mich gut und hoffe, dass das so bleibt. Die Saison, korrigiere mich, wenn ich da falsch stehe, ist für dich bisher eine zum Vergessenen.